Lulu Lulu Oder darf ich es wagen, zu Ihnen, Schwiegervater, sagen? Er entdeckte an mir keinen Tadel, doch für Lulu, da wollte er einen Mann. Einen Mann, der viel Geld hat und Adel, trotzdem hörte er mich nochmal an. Gestehen Sie, Monsieur, dass ich mich einmal erkläre, Ihre Doktor, die wehren, gerade die Frau, die ich verehren. Gestehen Sie, Monsieur, muss ich erst noch lange fragen, oder darf ich es wagen, zu Ihnen, Schwiegervater, sagen? Doch Lulu hat einen Playboy genommen, der Baron nennt ihn nun Schwiegersohn. Der spricht niemals im vornehmen Thron, wie ist er nur auf sowas gekommen? Gestehen Sie, Monsieur, dass ich mich einmal erkläre, Ihre Doktor, die wehren, gerade die Frau, die ich verehren. Gestehen Sie, Monsieur, muss ich erst noch lange fragen, oder darf ich es wagen, zu Ihnen, Schwiegervater, sagen? Zu Ihnen, Schwiegervater, sagen? Zu Ihnen, Schwiegervater, sagen? Zu Ihnen, Schwiegervater, sagen Sie, 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 Schwie